hallo liebe studentin hallo lieber student wir machen jetzt eine übung zum genitiv objekt zum westfall ich werde olga fragen stellen und olga wird mir im genitiv antworten holger bitte hallo olga so beantworten sie bitte meine fragen mit dem genitiv objekt nummer eins dessen fahrrad ist das das kind das ist das fahrrad des kindes gut nummer zwei dessen limousine ist das der direktor das ist die limousine des direktors des direktors ja das ist die limousine des direktors nummer drei dessen kind ist das der nachbar das ist das kind des nachbarn sehr gut nummer vier dessen handtasche ist das die nachbarin das ist die handtasche der nachbarn noch mal bitte dessen handtasche ist das das ist die handtasche der nachbarn sehr gut und nummer fünf plural jetzt wessen tablets sind das studenten und studentinnen also plural das sind die tabletten wenn ich die die nennen ja das sind die tabletten der studenten und der studentinnen noch mal bitte nicht gucken wessen tablets sind das das sind die tabletten der studenten und der studenten studentinnen das sind die tablets der studenten und der studentinnen den plural müssen wir noch üben ja dann geben wir ja